Musik Susi Benner wollte ihre Ballettfähigkeiten perfektionieren und entschied sich dabei für ein Studium an der vielgerühmten Tanzakademie im Deutschen Freiburg. Und so flog sie eines Tages um 9 Uhr morgens von New York nach Deutschland um dort um 22.40 Uhr auf dem Flughafen zu landen. Musik Herzlich Willkommen in der Tanzakademie. Ich bin Maritana, eine ihrer Lehrerinnen. Sehr angenehm. Et un, et deux, et trois, et quatre, et un. Verzeihen Sie, Maritana, ich fühle mich nicht wohl. Darf ich einen Moment aussetzen? Aber, aber. Reißen Sie sich zusammen, so schwer ist es doch nicht. Zugleich, bitte. E, un, et deux, et trois, et quatre, et un. Reißen Sie sich zusammen, Susi. Machen Sie weiter, mein Kind. Höher die Arme. Na los, hoch die Arme und drehen. Das ist die Direktorin. Sie ist hier alt. Darum atmet sie so schwer. Ja. Etwas stimmt nicht mit ihr. Doch niemand von uns hat sie am Tage gesehen. Sie kommt immer nur in der Nacht. Ich kannte ein paar Frauen, die sich selbst Hexen nannten. Sie sind boshaft, negativ und zerstörend. Ihr Wissen um die Kunst des Okkulten gibt ihnen gewaltige Kräfte. Sie können den Verlauf der Geschehnisse ändern, das ganze Leben einer Person. Sie können leiden, Krankheiten verursachen, sogar den Tod von denjenigen, die sie aus welchen Gründen auch immer beleidigt haben. Heutzutage ist Unglauben eine normale Reaktion auf solche Dinge. Aber Magie ist allgegenwärtig. Ich habe dich schon lange erwartet. Ich wusste, dass du kommst. Wie geht es? Wie kommt es? Wie geht es? Ich bin ich familieson Gabriele Lo�